Bis gleich. Welcome back. So, ist einer von euch im Heli? Nein, natürlich nicht. Schade. Willkommen zurück von Thomas' Scheißerei. Jaja, der Morgenschiss kommt ganz gewiss. Wenn er nur ganz flüssig ist. Nein, ich wollte ins ganze Schiff, aber ich bin zu blöd um in dem Mausseiger drauf zu klicken, alter. Was war da los, man? Ich gehe lieber mal zu dir, Triss. Nein. Du bist gerade an einer vielversprechenden Position. Ich würde da also aussteigen, ich fahre jetzt gerade Richtung Base von Gegnern. Das heißt, es könnte etwas tödlich werden. Etwas, aber nur so ein bisschen tödlich, oder? Jaja. Ich warte auf den scheiß Panzerzerstörer. Oh, da ist ein Panzer. Warte mal, warte mal eben kurz, Alter. Ah, der ist sogar kaputt, warte kurz. Da war, Alter, ist einer. Schieß recht drauf. Ist der Typ eigentlich auch kaputt? Ja, der ist kaputt. Ja, Thomas, es gibt keine Kills mehr zu weinen. Ah, ich hau jetzt ab von dem. Ah, ja. Boah, wenn die Runde rum ist, ne, da muss ich mir erst mal irgendwo mit abreagieren, ey, ohne Scheiß. Ich schau dann noch ganz ruhig irgendwas, ne Serie. Ja, ich auch. Dann tschüss. Ja, und ich geh gleich ins Bett, weil ich eigentlich schon lange im Bett sein will. Sollte. Ha. Jatsch. Schon Kampf und Weg gemacht, das ist schon bitter. Ja, ich hab ihn. Ja, komm, Thomas, verpiss dich einfach. Halt die Fresse. Ich hasse es so, dir irgendwas zu machen. Ja, jetzt, weil ich EINMAL nen Kill gemacht habe. Das machst du so oft, so oft. Piesel dich nicht ein, Alter, ohne Scheiß. Was denn? Regt er sich doch auf, dass ich einmal nen Kill abgeknüpft hab. Ja, genau, machst du auch nur EINMAL. Ja, eben, das machst du nur EINMAL, gell. Ja, bei dir, bei Tristan schon, Andreas, bei dir ist es was anderes. Ja, bei mir machst du das liebend gerne auch siebenmal die Runde, ich weiß das wohl. Was? Ihr könnt einem aber auch nix gönnen. Nein, dir gönne ich auch nix mehr. Boah. Oh, tot. Karambula. Ich glaub, der hat mich jetzt zum dritten Mal gekillt. Ja, genau. Ich hab auch schon... Das ist der Tipp wie ein Rambo-Heli-Pilot. So ein total Selbstmord-Attentakt. Der fliegt hier so Kreise und auf einmal crasht der voll in den Panzer rein, der da unten mal war. Manchmal denkst du echt, können die Leute nicht fliegen oder machen die einfach nur hier richtig... Suicide. Boah, ich hab ein Jet weggeholt. Oh oh. Ey, WTF. Bei manchen Leuten, da denk ich echt, die überfahren die und die überleben das. Und ab und zu ist das so, weißt du, ich, äh... Ich steh neben nem Panzer, auf einmal rollt der Panzer, oder der Panzer rollt an mir vorbei und auf einmal bin ich tot, weil ich überfahren wurde. Nein! WTF, Alter, Physik gleich im Arsch, Mann. Ich hätt' gern die San Andreas Physik in Battlefield 3, da wär's um einiges realistischer. Der fragt... Ich glaub, San Andreas ist nicht so grad die, äh, realistischste Physik. Nö. Ja, gut, geht der auf 4 auf jeden Fall, aber kein Andreas. Tolle Hilfe bei Kill19. Sorry, ich glaub, den hab ich dir weggeschnappt. Ja, tut mir leid, ich bin ein Arschloch. Du spielst nicht mehr mit mir. Ja. Mann, ey, ich spiel echt nicht mehr mit dir. Das ist, wenn du es nicht vermeiden lässt. Das hat echt keinen Sinn mehr, so mit dir zu zocken, das ist einfach nur total, ja, aufregeriertes Action. Ja, oh nid. Mit euch nehm ich nicht mehr auf. So. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, aber abkacken tut's schon ein bisschen. Wenn man sich da stundenlang auf so'n Kill vorbereitet, dann steigt er einfach ein. Ja, C4, klar. Ja, das hab ich oft genug, Alter. Ich schieß so oft auf Panzer und andere Leute kriegen den dann. Genau und. Ist immer so. Genau und. Weißt du, was ich oft hab? Was du nicht willst, was man dir tut, füge auch keinen anderen zu. Ja, ihr habt beide schon, ihr habt schon wieder beide Munitionen mit. Genau und. Was hat uns Herr Oswald beigebracht? Ja. Was, was du willst, was man dir tut, das füge auch dem anderen zu. So steht es in der Bibel. So hat der's uns immer gepredigt. Ja. Voll negativ. Alle immer. Hammer. Ach nö, der schon wieder. Komm, geh raus. Falsche hab ich gerade auch einfach mal spontan nicht ausgelöst. Aus Jux und Dollerei. Ja, ich hab die Leertaste gesmashed wie so'n Geistesgestörten, aber irgendwie. Guck, Triss, jetzt hast du meinen Kill, ey. Ey, ich hab mal ordentlich Hilfe bei Kill durch Niederhaltung werfen, ne? 39,19 und 27,9 und ihr beschwert euch über Killklau. Ja, irgendwas muss man ja zu meckern haben. Das ist schlimmer und so. Ja, ja. Seh der einen Schock. Die ganzen, die ganzen großen Spielenfirmen haben auch, äh, viel Geld und beschweren sich über Raubkopien. Eben. Ja, Hacker. Oder Lacker. Oh, Lacker. Ey. Penner, ey. Auf jeden Fall einer Aschi. Nein. Was heißt hier 3er KD? Oh, 27,9. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal wieder bei einer 2er KD bin. So im Spiel. Oh, fah. Schon wieder geklaut von so... Aber diesmal nicht vom Thomas, schade. Weil, wenn ich den schon geklaut wird, dann lieber vom Thomas, als von so'n Spacko. Das war jetzt ein Kompliment. Ey, wat? Ja, danke schön. Welcher Wichser steht mit seinem verfickten Panzer vor mir rum? Ich kann... Oh. So. Fickt euch alle hart. Sag mal. Wieso krieg ich denn so viel auf die Fresse, ey? Ja, Alter, ey. Fuck you. Ohne Scheiß. Wieder eine krasse Flamer-Runde wieder. Ja, genau. Ach, fickt euch alle. Erst krieg ich eine ganze Salve von so einem behinderten Heli-Fotzen-Nub auf die Fresse und dann gibt's nochmal eine AT-Manie ins Gesicht. Super. Ach, ich bin drin. Boop. Jetzt wollte ich denen eigentlich mal zeigen, wie man fliegt. Scheiße, jetzt muss ich zwei Kids holen. Ist die HE-Kanone eigentlich gut? Was? Keine Ahnung. HE-Kanone. Haut die rein. Keine Ahnung, was du damit meinst. Hast die noch nicht mal? Doch, ich bin eigentlich schon bei Lenkmunition. Nein, WTF. Die HE-Kanone ist ein Assignment, kein... Achso, ja, die wird ja eh automatisch dazu gefügt. Gut, ja. Man macht halt mehr Schaden. Die musst du auswählen. Echt? Wo wählt man die aus? Bei welchem? Bei dritter Slot. Ah, okay. Muss den da mal machen. Geht auch gut ohne, aber... Oh, da steht so eine Immobile Artillerie mal frei rum. Egal. Immobile Artillerie ist eh scheiße. Damit habe ich noch nichts getroffen, ey. Ich schon ein paar Mal, aber... ich werde es auch nicht sagen. Ich habe noch nicht mal Hitmarker bekommen. Das ist noch... Das ist noch schlimmer wie Mörsern. Das Quatsch ist total beschissen fürs Gelände und für scheiß Bordsteine zum hochfahren. Pack das einfach fast nicht. Das war aber total schnell, das wäre geil. Ja, das schon gut. Und ich warte hier schon wieder eine halbe Stunde auf so einen verfickten Panzerzerstörer. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt eine neue Grafik hatte, weil das Spiel riecht mich eh nur auf. Ich hatte den, ey. Only Hacker hier, ey. Ohne Spaß, ey. Mit 7... Ja, genau. Ich will mal wieder so eine richtig geile Runde Battlefield spielen, wo man richtig dann richtig Laune bekommt. Richtig Spaß dran hat. Und wo man es auch noch weiter spielen würde, aber wegen seinen Eltern nicht kann. Ja. Aber bei dir ist... Die Zeiten, die sind schon seit Ewigkeiten vorbei. Ja, aber trotzdem... Ne, meine Eltern kommen immer noch rein. Nein, ich meine jetzt, die Zeiten sind schon seit Ewigkeiten vorbei. Das Battlefield mal Spaß macht. Also... Ja, leider schon. So. Das letzte Mal, als das war, das weiß ich nicht. Das ist dann schon wieder so ein halbes Jahr her oder so. Weihnachten. Oh, Weihnachten. Alter, komm, jetzt flieh ich mal weiter weg. Geht mir einen verfickten Panzerzerstörer, ey. Weh, der wird von mir... Weh, der wird mir weggeschnappt. Ah, ich bin wieder voll am rumflamen hier, ey. Geht mir echt auf die Eier, ey. Wieder mal Hilfe bei Kill. Geht mir echt auf die Eier, ey. Achtung! Das Einsatzziel wurde neutralisiert. So. Ich hab eigentlich doppelt so viel Killhills... Wieso überlebst du so lange, ey, Mann? Ich pimmel hier irgendwo bei... 40, 23 rum und du mit 30, 10. Achtung! An alle Einheiten! Wir haben das Einsatzziel erobert! Wir haben das Einsatzziel erobert! Achtung! Wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einsatz. Ich hab keine Ahnung, ich fahr die ganze Zeit Panzer. Ja, genau! Super toll! Ey, was ist das für ne Fickscheiße! Es laggt! Ich hab auf Werkzeug gewechselt, dann wechselt ihr auf einmal wieder zurück auf RPG und ich bring mich selbst um. Tolles Spiel. Kannst du mich reparieren? Boah, da krieg ich echt so'n Hals! Ach, Thomas, bitte reparieren! Warte, Moment! Jawohl, daneben geschossen, sehr schön. Ich knall den ab. Ja. So, Alter! Nöher! Spreust du mal ne Rennimension? Ne Rennimension? Ja, ist gut. Beschwer dich nicht. Ich bräuchte mal, ich bräuchte mal ein leckfreies Spielen. Weißt du, ich stell schon alles aufs Angerichtste und kackt nur ab. Ah, echt. Ich bräuchte einfach nur mal Glück. Bisschen Glück, bisschen ne gute Runde und nicht so ne hingewichste... Glück? Scheiße hier, ey! Da träum ich von! Oh, Mann! Fahrzeugzusteuern 50! Ja, und dann lebt der auch noch, ey! Guck, Andreas hier zum Beispiel bei G gibt's auch immer so'n... von den Amis halt, aber die sind auch gut. Ist gut zu wissen. Weiß nicht, ich krieg' nen Hitmarker mit der scheiß Kanone. Würde ich mich verarschen? Du brauchst ne ganze Zeit Hitmarker. Du kannst mich total an. Auf Person meine ich, nicht irgendwie auf Panzer. Ich glaub, wenn ich auch nur vom Radius von so ner HE-Kanone getroffen werde, bin ich ziemlich platt. Was ist denn die HE-Kanone? Hab ich noch gar nicht gezockt, glaub ich. HE-Kanone, dat ist, dat ist sozusagen Zweitwaffe. Genauso wie koaktiales MG. Da hast du zwei Kanonen. Dann schießt du die erste Kanone, wechselst direkt, schießt die zweite. Machst dann Doppelschuss. Ist richtig overpowered, wenn du dann beide auch noch triffst. Ach, die meinst du? Die, wo dann so... Nein. Die man selbst lenken kann, oder? Nein. Nicht. HE-Kanone ist einfach nur dieselbe Kanone, die halt High-Explosive ist. So. Die macht mehr Schaden am Fahrzeug. Okay, ich glaub, die Boi wehe ich mal aus. Aber ich hab zur Zeit so ne Zielerfassende. Das war auch nicht schlecht, aber... Zielerfassende, oder so ne Selbstlenkkanone? Zielerfassende. Dein scheiß Panzerrohr ragt mir immer ins Zielkreuz rein. Ja. Voll behindert, ey, das sieht man am Ende gar nix mehr. Ich schau ja schon weg, okay. Huuuuhu. Weint. Vor allem ist der Panzer da langsamer. Irgendwann vorne. Ich will doch nur sp... Äh, was mach ich denn? Ich will doch nur spiel... Ach, da geht's eigentlich eh nicht weiter. Egal. Ich will doch nicht spiel... Oh, oh, ja. Ja, ich geb ihm erstmal mit der Lenkmunition eine mit. Leuk! Sag ja wohl... Ich glaub der ist AK. Nein, daneben! Ich wusst ich wusst! Aber diesmal hab ich mir Gold, weil ich hab .. Ja stop 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 H aitke Warte, ich hol mirpage, da da hinten ist der nächste Level 100 hat er noch Atheni ... Out ... Out Heeming verwendet ne? Kann mir auch schon wieder einen cop packen Och du ich mein ich wilde sonst auf Level 100 kommen Weiß ich auch ne Ich nehm Не Umfeld scann mit our teamin Ohh müsste Auf Nuss Auf Nuss Auf Nussse Thomas, steig aus du Spaß Noch 4, 3, 2, 1 Tickets Ende Pass auf, dass kein Gegner kommt, gell Ich hab umfällig genannt Die Runde war jetzt echt beschissen Die Runde war jetzt echt beschissen Die hätte man sich auch sparen können Es hat mich aufgeregt Es war nicht schlecht, aber es hat mich trotzdem aufgeregt Es war super schlecht, hat mich richtig heftig aufgeregt Und ich glaube, ich werde jetzt Battlefield wieder für eine Woche nicht anrühren Oder einfach löschen Also alles in allem eine genungene Aufgabe Da muss ich dann wieder 4 Stunden 4 Stunden ist untertrieben 24 Stunden downloaden Ja, bei mir ist auch Also wenn ich alles runterladen würde, dann auf jeden Fall 2-3 Tage Ja, bei mir vielleicht so 3-4 Stunden Ich hab dich nicht gefragt, Thomas Tja Boah, ich hab 42.794 Punkte Ich bin froh, wenn ich über 20.000 komme Boah, bei voll vielen Aufträgen hier 42.780 Ja, egal Alles in allem eine gelungene Aufnahme Irgendwie nicht Aber man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder Bis dann Tschüss Tschüss Tschüss